Hallo zusammen, heute rechnen wir gemeinsam die Abschlussprüfung 2020 für Realschule in Thüringen, Pflichtaufgabe 3. Aufgabe 3 lautet, gegeben ist das Dreieck ABC mit A gleich 4,8 cm, Alpha 42 Grad und Beta 58 Grad. Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. Wir machen zuerst eine Skizze. Wir kennen die Seite A, den Winkel Alpha und Beta und damit automatisch Gamma, denn alle drei Winkel zusammen müssen 180 Grad ergeben. Wir können jetzt den Sinussatz benutzen und zwar eine der beiden Seiten noch berechnen. Ich berechne die Seite B. Es geht, unsere gesuchte Seite durch den Sinus vom gegenüberliegenden Winkel ist gleich die andere Seite. Durch den Sinus vom gegenüberliegenden Winkel. Das kann ich einsetzen für Beta 58 Grad, für A 4,8 cm und für Alpha 42 Grad. Ich möchte, dass B alleine ist. Der Sinus muss auf die rechte Seite. Hier steht eigentlich geteilt. Ich mache also das Gegenteil. Auf beiden Seiten mal den Sinus. Links bleibt B übrig, rechts den Bruch mal Sinus 58 Grad. Wenn ich das Ganze eingebe, dann erhalte ich für B gleich 6,1 cm. Den Flächeninhalt bekomme ich mit der Formel 1 halb mal B mal A mal Sinus Gamma raus. Also die beiden Seiten und der eingeschlossene Winkel. Für B setze ich 6,1 cm ein. Für A 4,8 cm und für Gamma 80 Grad. Das Ganze in den Taschenrechner eingeben und ich erhalte einen Flächeninhalt von ca. 14,4 cm². Aufgabe B zeichnen Sie das Dreieck ABC im Maßstab 2 zu 1 auf unliniertem Papier. Wir benötigen dafür den WSW-Satz. Das heißt, zwei Winkel sind gegeben und die eingeschlossene Seite. In unserem Beispiel die Winkel Beta und Gamma und die Seite A. Wir beginnen im Maßstab 2 zu 1, bedeutet anstatt 4,8 cm die doppelte Länge, 9,6 cm. Wir zeichnen also A mit 9,6 cm ein, den Winkel Beta mit 58 Grad und zeichnen eine Gerade und den Winkel Gamma mit 80 Grad und zeichnen auch eine Gerade. Wo sich beide Geraden schneiden, ist der Punkt A und ich kann das Dreieck ABC zeichnen. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald!